Einen flauschigen guten Tag und Herzlich Willkommen zu einem weiteren Minigame auf meinem Kanal. Heute sind wir wieder auf den Groove Games 2 Netzwerber. Im Hintergrund hört ihr auch schon den lieben Susu. Ich habe heute nicht sehr viel Zeit, deswegen gibt es ein kurzes Rennen. Und heute gegen Wervoll, dann müssen Makla noch kommen und der liebe Mirko. Das ganze geht wie folgt, wir haben alle Giesis an, man bekommt Schaden beim Spring. Auf der Strecke sind Heiltränke und Essen verteilt, sodass man nicht stirbt. Man muss drei Runden laufen, der Erste der hier durch den Zaun läuft, der hat gewonnen. Ich bin, meine ich, aktuell wieder gut Titelverteidiger. Das bedeutet, das können wir eine super Runde werden. Und wir haben zwei Handyspieler. Kappler, bist du noch da? Kappleron? Nö. Oder musstest du schon offline? Achso. Nee, ist auf. Wieder da. Sehr gut. Oh. Dann kommt zur PH. Okay. Box Nummer 4. Da halte ich lieber meinen Mund. Diese Box müssen ausgemacht werden. Darüber hinaus dürft ihr nicht abkürzen. Ihr dürft nicht hier über den Enten springen. Ihr dürft nicht abkürzen. Sollten wir es sehen, dass ihr abkürzt bekommt hier ein Blockband. Und somit ein Bann auf einem Minigame Gs bedeutet, ihr seid bei allen Minigames ausgeschlossen. So, ich glaube, hier habt ihr die Nummer. Ja, wir sind alle da. Könnt ihr euch auch selber in Ruhe? Komplett durchgemischt. Und es ist ganz ganz... Moment mal. Wenn ihr in der dritten Runde... Es sind drei Runden gelaufen. In der dritten Runde müsst ihr nicht hier aufhören. Sondern ihr müsst hier durchlaufen. Wir nehmen ja alle viel weniger schalen als ich dann. Sonst wird das nicht gezählt. Ihr müsst echt durchlaufen. Zucato, du musst da raus... Da muss... Kappler rein. Außer die Yeezys. Rüstungen ausziehen, ganz wichtig. Yeezys sind erlaubt. Die sind auch Yeezys. Aber ich glaube, wir haben das noch nicht gemacht. Ich habe den noch nicht gesehen. Und Zucato muss da raus. Und da muss Kappler rein. Achso, ich dachte schon. Achso, Ruhe roll machen. Ich soll Ruhe roll machen. Achso, dann kommt Jason da rein. Und Jason ist in Box Nummer 4. Äh... Ich habe nicht gesehen, Kappler. Äh, falsch. Dann ist der liebe Jason in Box Nummer 4 drin. Also... Der läuft hier mit Doppelgrün. Äh... Ich sag mal so. Also nur die Leute, die auch ausgeholt wurden. Läuft. So, wer braucht euch Yeezys bitte einmal melden. Äh... Wer braucht, oder? Also folgende Parks müssen aus. Schnelligkeit. No Hunger. Und kein Fallschatz. Die müssen alle ausgeschneiden. Ähm... Wir sehen das. Wir sehen das wirklich. Wer noch Yeezys braucht, bitte melden. Dann werden wir auch euch Yeezys geben. Okay. Okay. Wenn ihr soweit die Regeln verstanden habt, dann bitte eine 1 in P-Check. Ganz wichtig. Achso. Sinnverzögerung jetzt. Noch. Zu den Sachen, was ihr gewinnen könnt hier. Jeder von euch vier Teilnehmer gewinnt etwas. Und zwar folgendes. Der vierte Platz bekommt einen signierten Spann. Scammer benötigen wir nicht. Fantastisch. Lelele. Haus mit den neuen Rappern der Zukunft. Der zweite Platz bekommt 3.500 Ingame-Dollar. Und der erste Titel bekommt sage und schreibe 5k. Sag ich dir auch. Der Teddy kriegt 5k. Wie immer. Ihr habt den Teddybären als Gegner. Der Teddybär ist der aktuelle Titelverteidiger. Was bei allen Minigames betrifft. Er ist ein sehr, sehr schwerer Gegner, ihn zu schlagen. Also gebt euch Mühe, ihn zu schlagen. Der kann es gerne mitnehmen, er möchte. Aber der guckt mir gar nicht. Der macht den Motorrad nicht. Sondern macht die Tür auf. Der will euch schon alles besiegen. Also passt beim Teddybären auf. Das ist eine harte Konkurrenz bei ihm. Und sagt einfach bei den Preisen 5k. Geht an Teddy und lasst. Ja, ja, ja. Ihr wisst. Ich hab's doch gesagt. Siehste. Es geht schon wieder los mit dem Teddy. Es geht doch schon wieder los. Ich hab's doch gesagt. Immer doch. So. Auf jeden Fall. Wenn ihr alles verstanden habt. Dein Präfix. Warum? Du musst über den Stream dich eintragen. Der ist hässlich. Und den ihr alles verstanden habt. 1 in P-Chat. Man, ich fick ihn los hinterher. Und achtet drauf. Doch. Mir egal. Ja, wahrscheinlich, der ist mir auch Wurst, ob der mal in Präfix kacke findet oder nicht. Also. Guck an die Mini Gäste daran teilzunehmen, müsst ihr im Stream. Hier komm, husch, husch, husch. So. Weiß, wie er ja weiß. Geht so. Kann ich runterzählen? Ja, mach. Was fährt? Nein, wir brauchen kein Pferd. Mach. Gut. Das ist nochmal mit den drei Runden gesagt. Dö. Nö. 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 knows. Ist das alles gut? Na, ich stoppe. Ah, Leute. Mok openly muss eine junge Jungen. Jungen, junge Jungen jenmen. Jensen ist bereit. Tennis, bereit. Wer auch ist bereits. Mokri pend crackslyon. Aber, jetzt bist du bereit. weil... placed zietar111 ich dachte hat die fliegen hier rum für wirklich erst mal ja jetzt geht die sonderhunde ich habe nicht ich hoffe es wird nicht zu dunkel alle anderen können in der luft mit fliegen und da gucken ach so moment mal ist flyern glaube ich ja immer doch die zu schlagen versucht gar nicht erst ihr kriegt sehr wie ich nicht hin die runde 2 das nicht dann auch welche hängen geblieben das heißt was danach nur noch eine runde zum glück gibt es hier die lateren sehr schnell zu schlagen großen vorsprung es muss sein dass sie die strecke umbauen muss nein der frechheit hier die letzte runde die strecke ist so gut wie sie es bleibt alles so wie es hier ist und dann wird sich nichts an ändern egal ob du hier bist und nicht außer die mich hat die nächsten zwei wochen ähnliche nimmst doch vielleicht aber nicht dabei weil ich gar nicht nach einem bin deswegen kommt hier auch ein kleines das ist ja das nicht gestorben sein weil das ist der feuchern wo zack Mucki? Handy 1! Mucki passiert. Nichts, man mit Handy. Ja, mit Handy stelle ich mir das auch nicht schön vor. Ja, wenn euch meine Schuhe... Achso, du hast noch Hunger an. Ich habe keine Perks. Sag mal, willst du mich jetzt hier rufen oder was? Wieso hast was? Das hast du nicht. Habe ich doch. Da ist der Wolf. Hä? Also, habe es sogar aufgenommen für YouTube. Also, hä? Er hat ja eindeutig gesehen, dass ich was gegessen habe. Kannst du auch bei den Perks zeigen. Ja, Moment. Von dem Hunger habe ich nicht. Also, bei Teddy, der hat wirklich keine Perks an. Er macht immer hier bei den Minigames Videos. Um es euch auch, äh, um es auch zu zeigen. Auch beim letzten Bauern hatte er mal ein Video gemacht. Also, ihr seht das wirklich. Teddy ist da ein extremst fairer Spieler. Und ein richtiger Gangster. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Abonnieren, Glock aktivieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Dienstag, 15 Uhr nächste Woche wieder. Haut rein. Schaut beim Suso und Nenner-Beschreibung vorbei auf Twitch. Und ciao, Leute. Tschüss, shelter. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.